Ein geisterhaftes Jodeln. Anna ist eine Heilerin. Sie kommt von Merl. Sie geht und bräuft auf die Riederalpa zu ihrem Bruder in eine Flasche geputzt. Er ist nämlich krank und kann seine Tiere nicht mehr lügen. Als Anna endlich ankam, war sie erstaunt, wie schön, dass es überall ist. Sie war schon lange nicht mehr hier oben. Die Matten sind saftig grün. Überall hat man Grillen gekehrt. Die ganzen Blüten auf der Matten verzaubern sie mit ihren Stuft. Der unverkennliche Geruch der Tannenbäume windet zu ihr. Sie atmet tief in und aus. Unten vom Aletschwald geht man her zu grünen. In der Ferne geht sie schon hin. Sie läuft noch ein Stück weiter und schon bald sieht sie Teta und den Stall von ihrem Bruder. Sie geht in und findet Ferdinand in seinem Bett. Hallo, Anna. Salut, ich übernehme dir deine Arbeit, bis du wieder gesund bist. Und am Abend gehe ich dann für dich die Tiere holen. Was hast du eigentlich? Ich weiss auch nicht genau, aber ich habe Probleme beim Schnaufen. Das stimmt nicht gut. Vielleicht hast du etwas mit der Lunge. Ja, es ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Aber wie stehlt man den Kie? Ja, das ist jetzt aber nicht deine Angst. Ich komme und er es Gott zeigen kann. Nein, nein, das geht der Schuss wie. Und wenn du keine Angst vor Kiechen hast, dann geht das der Schuss. Nicht so wenig. Anna geht am Abend am Kiehirten in eine Alatschwalka-Kreiter sammeln. Sie hat eine Angst allein in einem grossen, dunklen Wald. Die Beine bilden Schatten wie riesige Menschen. Sie kehrt ein Knacken hinter sich und dreht sich rückartig um. Aber sie sieht weit und breit nichts. Wahrscheinlich war das nur ein Fuchs, der ins nächste Gebüsch gesprungen ist. Auf das Mal kehrt sie jodeln. Gewunderig geht sie nachschauen. Sie kommt auf eine Lichtung und der Mond erzintet alles hell. Das, was sie hier sieht, kann sie kaum glauben. Anna sieht eine weisse Gestalt vor dem dunklen, tiefen Abgrund stehen. Salut! Als würde die Jodlere sie nicht kehren, verschwindet sie im nächsten Augenblick. Anna geht zurück zu ihrem Bruder. Sie verabreicht ihm einen Kreitertee. Über den Vorfall im Wald verliert sie kein Wort. Danke. Anna, ich hoffe, mir geht es bald besser. Mo, moll, wenn ich dich pflege, geht es dir schon bald wieder gut. Am nächsten Abend geht Anna nur mal in den Wald, fährt, die Kreitern zu sammeln. Sie gehört, wieder zu jodeln und geht nachschauen. Aber das Mal geht sie näher dran. Wer seid ihr? Die Jodlere verschwindet beim ersten Wort, was Anna sagt. Anna macht sich ängstlich auf den Heimweg. Ihr geht nur noch zwei Gedanken durch den Kopf. Wer war das? Was macht die weisse Gestalt da? Anna geht am dritten Abend, nachdem sie die Vieh versorgt hat in den Wald. Sie will wieder gehen Kriter für ihre Brüder sammeln. Dabei geht er an die weisse Gestalt, was sie da gesehen hat, nicht aus dem Kopf. Anna verlässt das Haus. Wieso muss ich das jetzt so schiffen, wenn ich in den Wald will? Und der Label, der hecht mir auch ein bisschen ein Bein. So eine Hüerenkälte. Aber egal, an meinen Brüdern mache ich das. Sie läuft schlottend los, der dicke Mantel fest um sich gewickelt. Wo Anna im Wald an der gleiche Stelle steht, wie gestern, sieht sie wieder die schämahhafte Figur. Aber jedes Mal sagt Anna nichts, sondern jodelt ihr zu. Wer bist du? Wer kommst du drauf, mir zu jodeln? Ich bin Anna. Was machst du da? Lass mir zu. Ich erzähle dir meine Geschichte. Aber sind wir auch allein? Ja, sicher. Aber wieso fragst du? Also, ich habe früher hier allein auf der Alpa gelabt. Ich war zehn Jahre in Frieda. Ich habe mein Leben hier oben geliebt. Kein Mensch, weit und breit. Nur ich und die Tiere. Aber zweimal im Jahr ist ja einer am Beruf gekommen. Er ist mir den Käse abkaufen. Ich habe den Tag wie die Beste. Er wollte immer, dass ich ihm eins vorjodeln. Das habe ich mich einfach nicht getraut. Wenn er nicht mehr kommt, habe ich einen grossen Fehler gemacht. Meine Milchprodukte habe ich vergammelt und ins Dorf verkauft. Es gab nicht so gute Medizin und die Leute sind Anna gestorben. Als Strafe musste ich jetzt hier jeden Abend das Gleiche jodeln, sodass es alle ich könnte kehren. Ich habe früher wirklich gerne jodelt, aber es hat niemand gewusst, das ist mein Mann. Es ist ein Qual für mich. Kann ich dir helfen? Ja, aber du müsst genau das machen, was ich dir sage. Du hast jede Nacht um 12 Uhr die gleichen Hühe melken. Stell die Milch an die sie schlecht wird. Die neue Milch lösst du immer dazu. Noch am dritten Mal kommst du mit der Gansmilch zu mir. Am ersten Abend ist alles gut gelaufen. Sie hat die Kühe genau so gemerkt, wie man Ira gesagt hat, aber am zweiten Abend... Verdammt! Wieso gibt die Kühe Marta jetzt keine Milch mehr ab? Ich brauche dich doch für die Frieda. Ich will ihr auch so gerne helfen. Aber eins habe ich nicht verstanden. Wieso hat sie den Leuten nicht vorjurlen? Anna hat die ganze Nacht gewartet, bis die Kühe Milch gegeben hat. Bevor sie zum dritten Mal ist gemelken, hat sie nur mit Ferdinand geredet. Du! Ferdinand, ich muss dir etwas erzählen. Jedes Mal, wenn ich in den letzten Tag in den Wald bin gegangen, habe ich ein Jodeln gekehrt. Ich bin dem nachgegangen. Anna, was ist so schlimm da drinnen? Anna, erzähl es mir. Ich habe eine weisse Gestalt gesehen. Bei jedem Wort von mir ist sie verschwunden, bis ich auf die Idee bekam, ihr zu jodeln. Sie hat mir erzählt, dass sie ein Sennerisch war und gerne jodelt hat. Aber nur vor ihrem Schmarr. Was? Sie hat grosse Fehler gemacht. Ich soll ihr heute Milch bringen. Was mit ihr passiert, weiss ich nicht. Weiss was, Anna? Das ist, glaube ich, die Frieda gewesen. Meine Frau, sie ist vor zwei Jahren gestorben, wegen ihrer Benehen im Briefe gekommen. Beide waren eins geschockt und ihnen fehlend wurden. Nach dem Gespräch ging sie wieder zur Kühe. Sie hat gebetet, dass sie direkt Milch geben. Lieber Gott, bitte mach, dass die Martha sofort Milch geben. Die Frieda bräuchte ich und ich will wissen, was genau passiert, wenn ich ihr die Milch bringe. Amen. Ihr Gebet wurde erhört. Tatsächlich hat sie direkt Milch abgegeben. Anna geht mit der Milch in eine Welt. Sie sieht Frieda und jodelt sie auch. Gib mir die Milch! Frieda trägt die Milch aus. In diesem Moment verschwindet sie. Von weitem kehrt man nur das Jodeln. Anna geht zurück zum Bauernhof. Sie geht ins Zimmer von Ferdinand. Doch er ist verschwunden. Das hat Anna gewusst. Ferdinand ging mit Frieda mit. gongen. Fair immer. Ihr habt das Hörspiel ein geisterhaftes Jodeln. Von Nituna, Jasmin, Samuel, Patrick und Joel gehört. Trollen und ihre Sprecher waren die Erzählerin Jasmin, Anna, Nituna, Frieda, Joel, Ferdinand, Samuel, Schnitt und Regie Patrick, Geräusch, Samuel, Jasmin, Musik, Nituna, Joel und Patrick. Musik, 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 Untertitelung des ZDF, 2020